Im ländlichen Raum sind ein Thema, die Konzentration der Gerichte, eine Gerichtsstruktur, die nicht mehr auf dem vorherigen Jahrhundert zu Hause ist, sondern dem einfangsten Jahrhundert entspricht. All diese Themen sind höchst kontroversiell und bringen das Gefühl bei vielen Bevölkerungsteilen hervor, dass im ländlichen Raum die Regionen werden ausgedünnt. Es ist nicht alles gut, wie steuern wir eben mit seinen exzellenten ausgebauten Breitwanzer, die wir online sind, den I-Garren, da sind wir in Europa, glaube ich, jetzt sehr gut unterwegs, Platz 2 nach vorne gerückt. Aber trotzdem psychologisch ist dieses Thema ein wirklich kritischer Punkt. Und das ist auch ein Thema, glaube ich, ich bin der politisch-leutralisierte Staaten, wie wir den eben steuern können. Ich habe zum Beispiel dieser Zeit versucht, meinen Ministern einzurellen. Es wäre mal sehr gescheit, wenn Bundeszentralstellen nicht nur in Wien, in der Hauptstadt, anwesend werden, sondern hinaufgehen in die Bundeswelt. Bis zum Grunde, sagen wir, bin ich hier totes, ganz gescheitert, weil ich kein Minister daran war, die Tage dazu etwas zu machen. Aber ich halte das für wichtig, dass der Eindruck sich nicht vertestigt, dass wir in einer neuen Gruppe, die man vielleicht einen Intens zur Zentralisierung entweder nach größer oder zu den nationalen Amtsstädten haben. Ich glaube persönlich, dass der Föderalismus ein Wunderdrage für einen komplexen Staat sein kann.